Hey Duda! Du bist eins der Kinder, die dir von Professor Platon ein Pokémon geschenkt bekommen haben, oder? Der Foxy macht einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Warum schaust du nicht mal in der Arena vorbei? Meine Schwester Schien würde sich bestimmt über deinen Besuch von dir freuen. Ja, hab ich gleich vor. Wie kann man als Trainer seinen Pokémon für ihre harte Arbeit belohnen? Indem du sie mit Süßen versorgst, zum Beispiel. Oder sie streichelt, oder sie lieb hast, oder was auch immer. Gibt's eine ganz Menge Optionen, denke ich mal. War das das eine Haus mit der Tuse mit den... Nein, da waren wir noch nicht. Hallo! Im Tausch erhaltene Pokémon sind leichter zu zernieren, gewinnt schneller und stärker. Wenn du allerdings nicht genügend Arena-Orden deinen eigenen kannst, hören sie nicht auf dich. Wir wissen, wer... Wenn wir mit einer Pokémon tauschen, macht uns das zu bekannten. Hast du eventuell ein Skoppel, das du gegen meinen Porrenta tauschen möchtest? Äh... Nein, jetzt gerade nicht, weil ich's nicht dabei habe. Na nun, das Warnangebot in Geschäften reißt dich wohl nicht gerade vom Hocker wie? Dann sieh zu, dass du mehr Arena-Orden bekommst. Denn je mehr Orden du hast, desto mehr Artikel kannst du in den Läden kaufen. Das Porrenta wäre vielleicht nochmal interessant, weil ich glaube nicht, dass wir, ähm, sonst ein Wildes bekommen. Aber erstmal ab in die erste Arena. Auf Roller-Skates, durch die Gegend zu sausen, ist ein sagenhaftes Gefühl, findest du nicht... Aber Moment mal, was sehen meine müden Augen? Hast du etwa gar keine Roller-Skates? Ich sag dir was, wenn du mich besiegst, schenke ich dir ein paar. Für mich sind Wendkämpfe nämlich alles, also nimmst du meine Herausforderung an, aber natürlich. Sowohl bei Kämpfen als auch beim Skaten ist Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Eine Herausforderung von Roller-Skaterin Rachel setzt einen Zickzacks ein. Das sollte jetzt nicht gerade die Riesen-Herausforderung sein. Zwei, maximal drei Blubber-Attacken und die Sache ist gegessen. Ich bleib mir mal bei zwei. Aber Level 7, das dürfte schon von einem Trainer, das dürfte einiges in Erfahrungspunkten geben. Das ist doch schon mal sehr schön. Gucken wir mal, wie viele? Fallschneider um. 72, naja, könnte besser sein. Da geben ja selbst wilde Pikachus fast schon mehr. Der Kampf war vorbei, bevor ich richtig in Fahrt gekommen bin. So, und wir bekommen Roller-Skates. Sehr, sehr schön. Ja, 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 ja. Die würde ich jetzt gerne einmal... Achso, ich hab sie schon direkt an. Route 22. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal ein bisschen auf der Route um und schauen, dass wir Fox hier noch entwickeln, bevor wir in den Arena-Fallt reingehen. Umso leichter wird es nämlich für uns. Mit einem entwickelten Starter kommst du da eigentlich immer super easy durch. Aus dem finde ich entwickelte Pokémon viel, viel cooler. So, das Anton ist Geschichte. Gibt das denn wenigstens mal ein bisschen Erfahrung? Ja, 81. Schon mal besser. Läufeo. Hier haben wir eins aus der neuen Generation, auch mit Feuertyp, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob schon in der Stufe oder erst entwickelt. Ich glaube, normal Feuer ist das später. Das hat auf jeden Fall jetzt schon einen Feuertyp. 111. Wo gefällt mir das? Boah, du bist vielleicht sogar stärker als Viola. Das höre ich gerade irgendwie nicht zum ersten Mal. Ich frage mich, was sie wohl einsetzen wird. Ein Goldini? Das ist ja unglaublich. Der wird's wird alt, ne? Ja, ich weiß. Ich habe aber momentan noch keinen besseren. Ein Schnabel-Attacke. Ich beeindruckt jetzt auch nicht gerade. Also irgendwie haben die Trainer hier noch nicht, nicht, nicht viel drauf, habe ich das Gefühl. So. Ein Merrill. Kriegen wir mit Rucksack-Keep, glaube ich, ganz gut zu Backen weiterhin. Ich brauche auf jeden Fall noch entweder einen Elektro- oder einen Pflanzentypen. Sonst dauern mir die Kämpfe gegen Wasser momentan zu lange. Natürlich kriege ich später Unlicht-Attacken auf Froxy dazu, sobald es den Zweityp bekommt. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Das finde ich übrigens haben sie hier cool gemacht, dass du Unlicht, Kampf und Psycho als Nebentypen hast, soweit ich weiß. Ähm, das dreht halt dieses Dreieck dann nochmal weiter. Leider haben sie es nicht, äh, richtig gemacht, finde ich. Also richtig gemacht hätten sie es meiner Meinung nach, ähm, wenn wir, ähm, Unlicht jetzt ruhig auf Wasser gehabt hätten. Kampf auf Feuer und Psycho auf, äh, Pflanze, dann hättest du so ein umgedrehtes Dreieck gehabt. Das glaube ich, wäre ganz cool gewesen. Weil du dann, äh, einfach nicht nur bei den, äh, dann wäre nicht jeder Starter gleich, äh, stark gegen einen bestimmten, sondern du hättest halt, ähm, auch etwas gegen den Starter tun können, der schwächer ist als dein eigener, äh, stärker. Äh, so rum. Äh, Aquarewelle wäre zu stark. Wir nehmen einen Blubber, weil Bidiza haben wir ja noch nicht. Das heißt, das erste Bidiza fangen wir. Oder fangen wir es auch vielleicht nicht beim nächsten Mal in den Ruckzug-Keep. Wir können hier eigentlich, äh, eigentlich mal, na. Ja, eigentlich könnte ich hier Darlef benutzen, aber ich will ja natürlich noch entwickeln. Ja, kenn ich, weiß ich. Warum kämpft ihr denn nicht? So, da ist wieder jemand, der kämpft. Ich verfolge ein bestimmtes Ziel. Nämlich bestet der beste Freund von allen meinen Pokémon zu werden. Ein Riolu. Ja, ich will auch ein Riolu haben. Gib mir ein Riolu. Ich liebe Riolu. Aquarewelle. Reicht nicht ganz. Ich gucke gleich mal, ob wir ein wildes Riolu fangen können. Ich meine, wir bekommen später ein, äh, Lucario so. Aber man weiß ja nie. So, noch einen Ruckzug-Keep, dann ist auch das Riolu besiegt. Schauen wir, wie viel EP das gibt. Level 9 ist schon, schon ein bisschen höher. Na, aber nur 109. Das, das wird mehr sein können. Aber, gibt ordentlich Geld. Das ist natürlich auch was Schönes. Hier haben wir noch jemanden, der kämpfen kann. Da haben wir, glaube ich, auch die Route bald schon abgegrast. Wieder, müssen wir nochmal ein bisschen ins Gras gucken, ob wir da noch weitere wilde Pokémon finden. Ach, das ist schon nostalgisch, immer mal wieder Pokémon so zu spielen. Ich mache das gerne. Deswegen hatte ich halt auch so Bock auf das Let's Play. Nachdem ich die neue, äh, neuen Ankündigungen für, ähm, Schwert und Schild gesehen habe, hatte ich so Bock zu spielen. Äh, und dann hatte ich erst überlegt, ja, könntest du ja auf deinem DS neu anfangen. Ähm, so weiter. Aber dann fiel mir ein, naja, du könntest aber auch einfach mal, äh, neues Pokémon Let's Play starten. Dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Muss nochmal gucken, was ich heute noch aufnehme. Ob ich heute Darksiders weiter aufnehme. Ähm, oder ob ich... Heute Guild Wars weiter aufnehme. Ich glaube, Anno habe ich noch. Guild Wars brauche ich auf jeden Fall bis Montag. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist Safcon jetzt Geschichte. Das könnte gute Erfahrungspunkte geben. Komm, 120. Naja, 176. Aber das ist für Darlef noch deutlich mehr. Da sind noch so viele. Das sind hier echt viele Trainer, muss man schon sagen. Finde ich gut. Trainer geben halt immer eine ganze Menge mehr Erfahrungspunkte. als es sonst so der Fall ist. So, wir nutzen eine Aquarelle. Dann sollte sich die Sache erledigt haben. Perfekt. Ja, vielleicht solltest du dein Team ein bisschen breiter aufstellen. Sagt derjenige, dessen Darlef vielleicht noch, äh, da ist. Ja, das ist klar. Da geht's weiter. Kämpfst du? Jawoll. Sehr, sehr schön. Ein Flabebebe. Flabebebe ist, äh, tatsächlich ein, ähm, Pflanzen-Fee-Pokémon. Fee ist ja die neue, ähm, der neue Typus, der mit dazu gekommen ist hier. Und die ich sehr, sehr toll finde. So. Feenbrise. Das ist eine von den Feenattacken. Bei Feenpokémon geben dem Ganzen halt nochmal einen anderen Anstrich, weil wir zum einen jetzt wieder eine gerade, äh, Anzahl, glaube ich, haben. Ich glaube, Feen war der 18. Typ. Nach dem Unlicht und Stahl ja sonst die letzten Typen waren, die eingeführt wurden, vor Ewigkeiten. Ist ja schon, schon eine schöne, schöne Sache. So, wir können auf jeden Fall vor der Arena noch, denke ich, die Entwicklung herbeiführen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ihh. Den nehmen wir mit. Ein Supertrank. So. Dann gucken wir hier nochmal kurz, was hier so ist, im Wilden Gras. Während ich einmal kurz was nebendran nachschlage. Also wir werden jetzt einmal noch, äh, die Entwicklung von jemanden hier herbeiführen. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, von wem. Ähm, in der Aquawelle. Und zwar will ich wissen, wann sich, äh, noch jemand gewisses entwickelt. Auf Level 17. Das dauert ein bisschen länger. Sonst hätte ich gesagt, ich grinde das auch nochmal. Im Vorlauf. Bevor wir in die Arena reingehen. Aber es ist halt, dauert halt auch nicht lange, ne. Also, 17. Wir sind, glaube ich, auf 10. Fast 11. Tartiri. Ähm. Wisst ihr was? Wir machen, wir gehen jetzt mal in die Arena rein. Sonst dauert mir das hier zu lange. Ich will richtige Trainer besiegen und hier scheinen ja keine wilden Pokémon rumzulaufen. Ich wollte noch nach Riolu gucken, fällt mir da leider ein. Pokédex. So, Carlos. Gucken wir mal, wo haben wir Riolu? Da haben wir Riolu. Gibt es hier auf der Route tatsächlich? Dann muss ich jetzt einmal ein Riolu fangen. Da kommen wir nicht drum. Oder wir machen das nach dem Arena-Kampf. Wenn ich denn ein bisschen grinde, um Darlef nachzuziehen, könnte ich ja noch direkt ein Riolu fangen. Und dann in dem Moment wieder kurz zuschalten. Hm. Fragen über Fragen. Also, ich will auf jeden Fall hier jetzt nicht grinden. Das dauert mir zu lange. Es gibt auf jeden Fall... Warte mal, war das überhaupt die Route, auf der ich mich gerade befinde? Ich glaube ja, ne? Ich gucke vorsichtshalber nochmal. Nicht, dass ich jetzt hier unnötig... Das ist die Route. Zack, da ist der Wall. Ja, ja. Das ist richtig so. So, aber erstmal haben wir gesagt, gucken wir uns mal die Arena an. Oh. Das ist so ein bisschen... ...schwierig manchmal. Waria Arena... Sei grüßt, zukünftiger Chime. Wie geht's? Wie steht's? Ah, das wird dein erster Arena-Kampf. Was? Bist du aufgeregt? Köpft dein Herz von Nervosität? Ach, mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Du hast doch dein Pokémon-Team dabei. Und schließlich ist es ja dein Team, das kämpft und nicht du. Stimmst du, oder? Habe ich recht? Bin die Schlange runterrutscht, gelangst du zur Arena-Leitung und einigen anderen Trainern. Aber vorher habe ich noch einen Tipp für dich. Diese Arena kämpfen alle ausschließlich mit Käfer-Pokémon. Jo. Das ist so. Das ist ne Weile her, dass ich hier gewesen bin. Es sind glaube ich drei oder vier Trainer insgesamt. Genau, man konnte nur auf den... Man konnte sich hier nicht überall so komplett frei bewegen. Also, Aufgabenzettel, Froxy entwickeln lassen. Das heißt, wir kämpfen hier so lange mit Froxy, bis es sich entwickelt. Und dann auf Dahl-Eff wechseln, um dem noch ein bisschen Erfahrung zu gönnen. So. Ah, Superschall. Muss es sein. Gucken wir mal, ob wir Glück haben. Nein. Soviel dazu. Nächster Versuch. Und der klappt. Das gibt einiges an Erfahrungspunkten. Na, 112. Das hätte mehr sein können. Das hätte mehr sein können, finde ich persönlich. Vielleicht muss ich irgendwie mal gucken. Da. So. Ich habe nebenbei gerade, vielleicht habt ihr es gehört, ein bisschen was getrunken. Also, kein Alkohol. Da ist ein Trainer. Ich nehme alle Trainer mit. So. Käfer-Pokémon entwickeln sich außergewöhnlich schnell weiter. Dafür aber halt in vielen, vielen Fällen nicht sonderlich stark. Kupanko. Von Purmel die Weiterentwicklung. Und mit einem Schlag besiegt. Die Faseln so viel Schwachsinn. Das ist immer wieder. So. Gucken wir mal, was hier noch kommt. Kann ja sein, dass wir hier. Nee, wir kommen ja einfach nur zurück wahrscheinlich. So. Wieder auf den Hauptstrang. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch die eine Trainerin und die Arenaleiterin. Hier kommen wir nicht längs. Müssen wir denn längs, um zu der Arenaleiterin zu kommen? Wir müssen da hin, da hin. Oh, ich hätte bei dem weiter gemusst. Also nochmal zurück. Ja, moin. Guten Morgen. Nein. Nein. Da müssen wir längs. Die Steuerung ist hier drauf so ein bisschen merkwürdig gemacht, weil sich die Pfeiltasten immer wieder so ein bisschen ändern. Wo du damit hinläufst. Nein. Ja. Mahlzeit. So, bevor ich vor die Arenaleiterin gehe, gehen wir aber gleich nochmal ins Center. Und gucken mal, ob ich Froxy noch weiterentwickeln kann vorher. Ja, vielleicht entwickelt es sich sogar noch in diesem Kampf. Wenn wir zwei Pokémon haben und die genug AP geben, dann ist das möglich. 100, ja, das sieht doch gut aus. Wadribi. Ein Wadribi ist eine Honigwarbe. Kreativ wie immer. Wadribi kommt auch, glaube ich, aus schwarz und weiß, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch, dass es mit einem Schlag besiegt. Aber ihr seht, wir haben hier keine großen Probleme. Das hätte mich auch überrascht. So, auch Mina ist besiegt. Und wir haben unsere erste Weiterentwicklung. Nanu, Shiry hier entwickelt sich. Glückwunsch, dein Shiryki wurde zu einem Amphizel. Sehr, sehr schön. Damit haben wir das erste weiterentwickelte Pokémon auch in der Tasche. Das sollte den Kampf gleich sehr, sehr einfach gestalten. Was ich schon mal mache, ist, dass ich gleich mit Dardef beginne, weil das jetzt mal ein bisschen aufholen muss. So, jetzt ist die Frage. So, 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 so. Das ist echt merkwürdig hier mit der Steuerung. Wie komme ich denn hier überhaupt raus?